herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir einen city flitzer im wald ich würde sagen nach dem intro geht es los viel spaß alles klar so jetzt seid ihr einmal ums auto außen rumgelaufen habt euch ein bild gemacht von wie das auto aussieht wenn ihr es noch nicht kannte ich zeige euch einmal den schlüssel das hier ist der schlüssel das hier war das hierzu das hier ist der schlüssel es ist ein ein karten ähnliches etwas also ich finde es ganz witzig eigentlich die idee dahinter und jetzt würde ich sagen gehen wir einfach auf die features drauf ein die typisch sind oder halt die für den wagen sind und zwar machen wir hier natürlich ganz wichtig wie lade ich das auto ja genau hinter dem renault zeichen hier open ist natürlich nicht auf hier ist die der stecker wo ich das reinstecken kann um das auto zu laden wie gesagt ich finde es ganz witzig hinter dem renault zeichen versteckt jetzt gehen wir weiter ganz normal alles andere ist wie bei jedem auto auch aber das witzige das auto auf ist der griff hier hinten wie so ein sportwagen wo ich erst reindrücken muss dann rausziehen voll geil zur gtr style mäßig wie sein gtr oder so dann ganz normal der kofferraum hier hinten ganz normal geht es weiter dann sind einfach die ladekabel drin und das war's witzig sind die lichte hinten mit dem blauen drin aussieht ist ganz cool gemacht meiner meinung nach ist ganz witzig aus jetzt würde ich sagen steigen wir einfach mal ein und fahren mal eine runde und ich zeige euch das ganze auto mal von innen oder jetzt steigen wir mal ein in das gute stück und schauen uns mal hier im innenraum drin um ja was kann das so sagen relativ renault typik will zu behaupten relativ ein stinknormales lenkrad typisch renault aber was ganz cool ist ist dieser display hier vorne drin da sehen wir dann hier auch wie viele gefahren sind schon und was wir verbrauchen auf der strecke ja wenn ich jetzt mal den startknopf drückt weil das witzige ist im gegensatz zum beispiel zum tesla wenn ihr das video gesehen habt wenn ich verlinke ich euch das mal hier oben da hat das auto einen tatsächlich ein startknopf der ist hier den man drücken muss damit das auto angeht ich drücke jetzt einfach mal dann seht ihr dann steht da ready dann in der mittel haben wir hier eine mittelkonsole mit einem display ist ein touch display dann können wir ton aus anschalten und so weiter und so fort dann haben wir hier navi können unsere driving settings einschalten und so weiter mal drauf gehen hier sehen wir wie viel energie wir gespart haben und so weiter auf den letzten auf dem ding das durchschnittliche tempo mit verbrauch und so weiter und dann können wir hier nochmal genauer drauf gehen und hier nochmal den energiefluss beobachten während wir fahren das können wir vielleicht während wir fahren nochmal genau zeigen und natürlich unser navi system das haben wir noch hier haben wir unsere gang schaltung ist ein automatikgetriebe wir machen zwar einen rückwärtsgang weil das ding natürlich auch eine kamera hat hier rückfahrkamera zeigt auch alles an also ganz cool gemacht eigentlich davor dann haben wir hier den eco modus diesen ganz cool wichtigen knopf und zwar was passiert wenn ich den eco modus anschalte zu einem mit der bildschirm grün er limitiert die höchstgeschwindigkeit auf 95 kmh reduziert alle komfortsysteme und dadurch ja spart man natürlich einiges an energie und kommt dadurch auch weiter was auch ganz cool ist wie gesagt ich habe gesagt der schlüssel ist so eine karte und die karte hat hier einen eigenen schlitz kann man das reinsteckt so wie hier oben drüber ist eine klima automatik anlage verbaut mit einer standheizung dann das ist eigentlich ganz cool gemacht auch alles hier den beifachersitz hat mit schön dieser elektro typische zeichnung hier was hat renault benutzt für seine elektrowagen so wie erwähnt werden wir noch kurz einmal diesen energiefluss bildschirm anschauen und jetzt haben wir die klimaanlage hier an von dem her geht energie dahin und jetzt fangen wir einfach mal los dann verändert sich der bildschirm so und es wird grün und wenn wir jetzt den rückfluss machen sieht es so aus ja aber heißt klar die klimaanlage ist an die zieht aktuelle energie von dem her bemängelt er das ist natürlich klar jetzt habe ich mal den eco modus ausgemacht wir fahren mal los ich gucke mal ob ich vielleicht ein bisschen zeigen kann wie dieser wagen eigentlich beschleunigt wie gesagt er die große batterie drin das sind 41 kWh was der hat heißt er kommt ganz gut vorwärts er hat zu reno sagt er hat 400 aber reno sagt selbst dass es wahrscheinlicher ist dass man mit ihm zwischen 200 und 300 erreicht je nach witterungsverhältnissen und geschwindigkeiten die man fährt und jetzt würde ich sagen firma bitte auf die geschwindigkeit und wir fahren mal einfach und los 100 ich meine natürlich ist es nicht dasselbe gefühl wie beim tesla aber das kann man hier auch nicht erwarten das ist ja ein ganz anderes auto für eine ganz andere preisklasse das hier ist einfach ein cooler elektro city flitzer mit dem viele ihren spaß haben können der praktisch ist in der stadt er ist klein er ist wendig und wenn es ein bisschen eng wird dann weist das auto einen auch darauf hin mit einem bahn ton das ist ganz witzig der klingt wie so eine art space shuttle geräusch keine ahnung es ist sehr futuristisch ja wir sind jetzt in die innenstadt von heidelberg gefahren um das auto mal in der stadt zu testen weil im wald oder auf der landstraße ist es ja nicht wirklich ist nicht wirklich da wo er hingehört sondern er gehört hier in die stadt wir sind jetzt angekommen in der heidelberger innenstadt und fahren jetzt einfach mal in eine straße rein die relativ eng ist wo es geht eigentlich von der enge ich hätte sie eng eingeschätzt und für so straßen ist das auto wie gemacht das ist perfekt die straße könnte sogar noch enger sein aber eins zum nachteil ist bei einem elektroauto immer dass man es nicht hört ich weiß nicht inwieweit man vielleicht dieses geräusch von außen hört ja genau das ist genau das problem gerade eben ich weiß nicht ob man es auf der kamera gesehen hat die leute haben wirklich erst wieder gelaufen sind kurz vor knapp gemerkt dass hinter ihnen ein auto ist das ist meiner meinung nach so ein kleines blödes blöder nachteil von einem elektroauto dass man es einfach eigentlich nicht hört ja man hört man hört das geräusch da draußen aber es ist nicht deutlich genug dass das die leute jetzt wirklich wahrnehmen die das ding ist halt nur wie wir gerade feststellen haben in der innenstadt oder so auch oder auch auf straßen wo vermehrt leute laufen jetzt hier in der innenstadt ist es relativ gefährlich weil die leute einen nicht sofort wahrnehmen da man kein motorgeräusch von sich gibt haben wir jetzt gerade mehrfach gesehen dass wir durch die straße durch gefahren sind so wie gesagt wir werden mal kurz über die preis hier reden von dem schmuckstück und zwar der grundpreis für das modell mit der 43 kW batterie sind 23.900 euro genau dieses modell und dieser blauen farbe und so weiter kostet 30.950 euro und dann habe ich hier noch die aufstückelung dabei die kann ich jetzt einfach mal sagen und zwar haben wir wie gesagt grundpreis 23.900 euro und dann haben wir den renault plus garantie 60 monate beziehungsweise 50.000 kilometer sind 820 euro aufpreis dann haben wir die 40 die ce 40 batterie mit mehr ausstattung das bedeutet dass wir die 43 kW batterie haben die kostet uns 4000 euro aufpreis dann haben wir die überführung welche uns 850 euro kostet sowie ladekabel mit schuko stecker und eine 14 a stecker das ding dieses paket haben wir auch hinten im kofferraum das können wir auch gleich mal zeigen kostet uns 600 euro und dann die farbe aus dieses blau heißt circon blau und allein die farbe kostet und schon mal 490 euro aufpreis und dann haben wir hier sitzheizung in den vordersitzen die kostet 290 euro und die sitzheizung habe ich vorher gar nicht gezeigt wird über dieses rädchen auf der seite drei stufen sitzheizung wird das ding gesteuert hier soll genau heißt das auto hier so wie es hier steht wie gesagt kostet 30.950 euro man hat definitiv genug platz also es ist auf jeden fall ein auto das so um die 30.000 euro kostet die frage ist nur will man das wirklich braucht man das und so weiter meiner meinung nach wenn man in der vielen der stadt unterwegs ist wird sich so ein auto und man bereit ist das geld zu bezahlen wird sich so ein das auto definitiv lohnt aber wenn man vermutlich eher mehr auf dem land unterwegs ist dann sollte man vielleicht doch eher nach alternativen schauen weil wie erwähnt das ding hat zwar 400 kilometer reichweite total aber die frage ist ob es das wirklich rauskommt was es angeht das rezept wenn selbst renault schon sagt dass die reichweite wirklich eher im objekt wenn man es benutzt zwischen zwei und dreihundert kilometer liegt je nach wie gesagt je nachdem man fährt dann ja das land muss schauen ob es sinn macht oder nicht aber eigentlich eine coole idee von renault sowas zu machen ich meine der twizy ist natürlich der ganz kleine der ein mann wagen wo auch ein zweiter hinten dran sitzen könnte für die stadt das hier ist dann sozusagen dass der große bruder von twizy mit dem man vier leute bequem komfortabel die stadt tragen kann super auto um kurz einkäufe zu machen irgendwas in der stadt zu erledigen wie schon erwähnt ich würde sagen ich komme mal kurz das kabel das kabel set und zeige euch das mal schnell ok ok also es ist ähnlich wie es das video gesehen hat wenn ich nicht verlinkt sich noch mal ähnliches kabel hier das ist unser stecker set mit dem kabel dazu ist einmal hier für die allgemeinen steckdosen heißt das geht ins auto das geht in die rein wenn ich das hier rein steckt dann wird es automatisch verriegelt und dann muss ich das mit dem selben knopf wie ich die lade luke öffnen muss ich dann wieder das hier freischalten damit ich das rausnehmen kann und dann habe ich hier in der tasche noch den ganz normalen hausstecker mit dem ganz normalen stecklosen teil hier mit dem wir das auch noch laden können wenn wir zu hause sind zum beispiel dann gibt es je nachdem verschiedene ladezeiten wenn ich es jetzt noch richtig im kopf ab kann man den hier innerhalb von zwei stunden laden wenn man den richtigen stecker wenn man den großen stecker benutzt dann kann man das tatsächlich schaffen meins mein fazit von diesem auto ist es ist ein cooler kleines cooles kleines auto das macht das spaß muss fahren definitiv ist witzig für die stadt definitiv keine schlechte alternative zu einem benziner oder diesel da ist deutlich weniger verbraucht oder halt nicht verbraucht aber da man zu hause einfach an die steckdose anhängen kann und nicht auf an die tankstelle angewiesen ist unbedingt passt durch jede kleine gasse durch weil wenn ich mal da hingehe ist wirklich ein sehr schmales auto es ist zu empfehlen für jeden der sagt ich brauche ein auto für die pur für die stadt ist wirklich zu empfehlen weil er hat auch mit der große batterie genügend bums aber was jetzt fast vergessen hätte zu erwähnen ist das mit der batterie zu kaufen oder zu lesen als mit man muss die batterie sich noch dazu mieten oder kaufen die batterie kaufen kostet einen 8000 euro zusätzlich oder mieten kostet je nachdem zwischen 60 und 70 euro monatlich zusätzlich zu dem kaufpreis dazu oder zur leasing rate dazu und dann hat man die batterie als mietobjekt mit dabei so jetzt zum ende danke fürs schauen lasst ein like da kommentiert teils mit euren freunden schaut bei unseren anderen videos vorbei und wie immer danke fürs zuschauen und ciao tschau